Schmorgerichte, Fleisch, Gemüse, Reis, Fisch, belegte Brötchen, köstlich. Aber sie brauchen viel Zeit zum Kochen und Abwaschen. Bis jetzt. Hier ist der Express-Kooker, kann unendlich viele Rezepte in kürzester Zeit zubereiten. Lust auf ein Schmorgericht mit Fleisch und Gemüse? Sehen Sie wie einfach, schmackhaft und fertig in weniger als 5 Minuten. Oder eine Bratwurst mit Beilage? Perfekt auf den Punkt gegart in weniger als 6 Minuten? Express-Kooker bietet perfektes Garen, dank seiner Technologie, durch die gleichzeitig die Grundplatte und der obere Teil in der Hälfte der Zeit erhitzt werden kann. Halten Sie Ihre Figur. Kochen Sie dieses Gemüse in weniger als 2 Minuten. Genießen Sie ein Reisgericht. In weniger als 10 Minuten fertig. Bereiten Sie ein gesundes Fischrezept in weniger als 4 Minuten zu. Warme, knusprige, belegte Brötchen in weniger als 2 Minuten. Cannelloni, noch roh, dann perfekt gratiniert in weniger als 4 Minuten. Selbst Desserts zu bereiten geht ganz schnell und sie schmecken köstlich. Es gibt zahllose, ganz einfach zuzubereitende Rezepte. Sparen Sie Zeit und Geld. Bereiten Sie köstliche Rezepte zu, wie diese Törtchen. Express-Kooker ist auch ideal zum Auftauen, denn er verbraucht sehr wenig Strom. Sehen Sie, wie dieses Cordon Bleu gleichmäßig gebacken wird. In vielen konventionellen Pfannen bleibt das Essen kleben. Die Grundplatte von Express-Kooker hat Anti-Haft-Eigenschaften. Wir garen Fisch mit Haut und wenn man ihn herausnimmt, ist nichts haften geblieben. Sehen Sie, wie die Haut weiter heil am Lachs ist. Mit der Zeit zerkratzen viele Pfannen. Man wirft sie schließlich weg. Die Beschichtung des Express-Kookers ist extrem robust. Nichts zerkratzt sie. Garen mit Express-Kooker geht schnell und einfach. Erzielen Sie spektakuläre Ergebnisse. Außerdem stellt Express-Kooker ein perfektes Gar-Ergebnis sicher. Schmoren Sie Fleisch, braten Sie wie auf dem Grill. Gratinieren Sie Nudeln, braten Sie Fleisch, tauen Sie auf, backen Sie Desserts und achten Sie auf Ihre Diät. Mit Express-Kooker.